Ich möchte jetzt noch die letzten Bosse da besiegen. Ja, dann machen wir Aufnahme. Dann machen wir zunächst mal einen Special Part nur für den Letzten. Nee, den machen wir heute. Wenn wir das jetzt noch finden, dann machen wir das noch heute. Dann haben wir was. Oh, wohl weiß ich nicht. Ich weiß, du hast die Uhrzeit anzugehen. MAH! Komm, mach doch jetzt! So ein... Ja, komm, du Drecksviech! Verpiss dich da! So, jetzt flieh ich hier noch schnell ein bisschen drüber. So, Ende. Was sind wir jetzt? Hier sind wir. Schauen, dann müssen wir jetzt lang. Was ist denn da? Noch ein Übergang. Da oben, in der Mitte. Wo? Hier? Ja. Aber meinst du, da müssen wir hin? Pfff, keine Ahnung. Hm, ja. Ähm. Seht ihr? Da unten! Ja, stimmt. Da können wir sogar hinreißen, cool. Da unten, okay, jetzt... Ach, hier raus. Unten wieder. MAH, geh doch da rein! Rechts unten, ja. Rechts unten. Ne, hier auch unten. Ah! So, und dann sofort wieder runter hier. Ach, runter? Ja. Und das soll man alleine finden eigentlich? Also ohne Karte? Du, das... Wehe, du gehst da rein! Soll ich... Willst du da reingehen? Ja. Weil du dann auch reingeportet bist. Ich brauche ja eigentlich nichts machen. Ja. Ja. So, dann... Schöne Autofahrt. Ja, um wann ich ja was machen muss. Ja, das ist ein spannendes Level. Mach du jetzt. Ja, schau mal da, wir machen Boss-Tür. So, und jetzt... König DDD. Oh, wir haben beide nicht die guten Charaktere dafür. Wir müssen da einfach einfach. Das ist noch nicht raus. Nein, 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 oh Gott. Das ist einer der letzten Bosse. Ich freue mich voll. Ich bin wieder gut gelaugt. Ja! Der hat den Abgrund. So. Cool, endlich kommen wir mal weiter hier. Da unten ist eine Tür. Ich schaue aber auch noch mal, ob wir noch andere Türen sind. Nehmen wir mal hier rein. Boah, endlich weg. Dämliche Blickfische. Hoffentlich ist das bei dem anderen Weg nicht so. Hoffentlich ist da ein monotoner Einzelpfad. Ich bin cooler als die Fahrt, genau. Lass mich runter. Ja, da ist ein Boss drin. Na, meine Fresse. Warum habe ich das denn jetzt bitteschön nicht geschafft? Komm, lass mich da rein. Hallo. 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 Weißt du, sonst geht der Kack-Kerl immer in die Türen rein. Außer er soll's. Boah. Falco, cool. Was? Nein. Oh, Gott sei Dank. Wir haben noch beide ein Leben. Nur 18 Prozent. Und? Nein. Hä? Ich hab gar nicht B gedrückt. Ich hab B gedrückt. Und ich bin Snake. Dass er raus war. So. Habe ich denn so lange gebraucht zum wieder einstiegen, ersteigen? So. Geh raus. Endlich. Nein. Noch nicht. Komm. Ja. Auf damit. So. Geh. Geh weg. Nein, immer noch nicht. Boah. Ey, was ist bei Zelda da? Boom. Zwei Sekunden. Ne und hier. Jetzt aber. Endlich. So. Sollten das dann nicht mehr so viele sein. Gott sei Dank. 20, 30, 40, 50. Ja, genau. What the fuck? Noch alle anderen Charaktere. Ja. Wie es in dem Spiel gibt. Hau mal da unten. Gegen. Junge. Jetzt leg dich nicht hin und... Muss springen dafür. Ja, so geht auch. Oh. Oh, Schallplatte. Na, komm hoch. Komm, sammle die scheiß Schallplatte ein. Endlich. Ne, da unten geht nicht lang. So. Schau mal kurz was. Na, nein. Das war schon aus. Aufnahmen halt noch. Ja, die läuft noch. Ja, die läuft noch. So. Ja, wir wenden die. Jetzt hier. Schnell. Da. Ach komm. Ja, ja. Hi. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn mit mit Aufnahmen? Mann, Mieter. Die Tür ist doch zu. Wie ist denn? Wie ungebetene Gäste. Genau. So, jetzt. Hier. Ohrlach. Komm. lassen mich vorbei. details da. đây. Aber sag mal. Gäste kommen auch noch die Schallplatte. Huh? Dann kommst ja etwas auch nicht. Das ist. Hm?! Dann kommen die Gäste einfach... Dann kriegen sie gern auf dieses Reude. Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank! Was kam? Jetzt haben wir die beiden guten Charaktere. Oh, Meta-Wrigley! Komm, hau ihn einfach! Nö, ich flieg raus. Boah, toll. Jetzt kannst du den Scheiß wieder alleine machen. Bei dem ist super alleine! Fuck, Boss, hör auf! Verpiss dich! Boah, sie wissen gern auch, dass sie das nicht dürfen. So, ja genau. Ja genau. Komm. Den will ich noch kriegen. Meine Güte, was soll denn... Ah, komm mal hier! Boah, komm! Warum hat er sich jetzt nicht umgedreht? Die Steuerung ist für Müll, ganz ehrlich. Fand ich in den alten Brawl-Teilen besser. Ja, das ist ein super Smash Bros. Teil. Spiegel einfach mal hinterm Rücken. Er ist ja eng. Auch egal, man sieht ja... Jetzt sind wir die Scheiß-Charaktere, ganz ehrlich. Und komm, einfach drauf jetzt hier. Ich möchte ihn so schnell wie möglich besiegen. Komm, hau doch mit drauf! Spring doch einfach und hau! Das ist doch kein Problem! So, und jetzt hier hoch! Einfach hauen, 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 hauen! So schnell wie möglich weggehen! So... Ich hab das Gefühl, dass wir das Spiel bald durch haben. Okay, Gott sei Dank. Pfff! Ich fisch mal weiter vorne. Komm doch mit hier! Hau doch mit drauf! Dann gehen wir schneller! Weil ich den hier nur einmal treffe. Okay, nach vorne! Ja, oh no! Zu weit nach vorne! Das fehlt ein Blatt! Schöne Ballaststoffe! Ja, komm! Hau drauf, hau drauf! Einfach drauf vorne jetzt hier! Nicht mehr lange! Ja, ja, komm! Komm, 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 komm! Geh down! Äh, Meta Knight, genau! Meta Ridley! Alter! Boah! Warum flieg ich denn da runter? So, und jetzt... Letztes Mal, dass er hier ist! Nein! Oh! Ja! Cool! Haben wir den auch noch! Cool! Schön! Was sind wir jetzt? Wir sind zu 1000... Ach, hier sind wir gut! Geh doch! Geh doch! Geh doch! Geh doch! Alter! Das ist unwitzig! Also jeder wird sich köstlich darüber amüsieren! Das ist einfach Müll! Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Du fährst und kommst nicht raus? Was war das denn jetzt? Ich bin sogar noch gesprungen! Was? Hör auf! Nebengeräusche in der Aufnahme! Das hasse ich! Nein! Komm! Ey! Warum machen die so... Müll hier hin! Gegen dir! Einfach weil du es bist! Boah! Nein! Nein! Komm! Hier rein! So! Endlich mal! So! Schneller rüberfliegen! Hoffentlich sind wir bereit! Ehrlich gesagt habe ich auf das Labyrinth so wenig Lust, deswegen möchte ich es heute schaffen! Ich kann das! Ich kann das! Guck mal! Ich kann es! Genau! Du kannst es, du schickst uns komplett durch die komplette Reihe! Ja! Schau mal hier! Und es klappt schon wieder nicht mit dem in die Tür gehen! Die Türen sind echt komisch! Schau mal, wenn wir da haben, Fox! Sollten wir eigentlich nicht mehr so viele Bosse sein jetzt hier, oder? Ich hätte gern mal wieder so einen Zwischenstand! Zu sehen, wie viele Bosse noch sind! Also so ein Speicherdinger! Komm! Einfach drauf machen! Warte, mach ich nicht! Bleib mal anliegen! Rechne schneller! Oh, wie die... Wie die... Wie die... Wie die Punkt... Reinbrechen! Fox im Match! Ne, Snake im Match! Wie schnell das jetzt wieder ging! War es das? Sind wir durch? Ich tendiere nicht dazu! Oh, warte mal! Geh da rein! Ne, warte! Du musst da rein! Nein! Komm! Geh raus! Oh, wir bringen uns wieder hier hin! Hoffentlich war's das! Mussten wir hier noch... Oder nach... Oder doch irgendwas durch? Ach ja, hier durch! Hab ich nicht gekriegt! Das Secret Ombud ich mir jetzt nicht. Kein Bock da drauf. Ah, Blickfische, ey! Siehasse, haben wir jetzt schon? Ja, haben wir. Komm, rein nach. Gut. Hoffentlich war hier in der Nähe eine Zwischenstation. Wie cool! Deswegen ist das eine schöne Abkürzung. Wie das Ding wackelt. Ja, Gott sei Dank. Bitte lasst er jetzt... ... ... ... ... ... ... ... ...